Die Ausgangsstellung ist die Seitenlage, eine Entlastungsposition für die Wirbelsäule. Diese Übung fördert die Mobilisation der Wirbelsäule in die Beugung und Streckung, sowie der Schulter- und Hüftgelenke. Sie ist gut geeignet für Patienten in den Stadien 1 und 2, um die Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern. Der Kopf ist mit einem zusammengerollten Handtuch unterlagert. Hier gilt, so viel Unterlagerung wie nötig und so wenig wie möglich. Der untere Arm liegt angewinkelt vor dem Körper. Die obere Hand liegt auf der Hüfte. Die Beine sind gebeugt, die Knie liegen aufeinander. Jetzt den oberen Arm Richtung Kopf bewegen, das obere Bein dabei nach unten rausschieben, um die Wirbelsäule in die Streckung zu bringen. Für die Beugung gleichzeitig den oberen Ellenbogen und das Knie vor dem Körper zusammenbringen. Noch einmal Arm und Bein strecken, dann wieder beugen. Strecken bedeutet, jedes Mal so weit es geht dehnen und dabei mit der Hüfte nicht nach vorne kippen. Nun kurz pausieren und dann die Seite wechseln. Die Übung sollte auf jeder Seite drei bis fünf Mal ausgeführt werden. Untertitelung des ZDF, 2020